Musik Guten Tag, ich bin es seit langer Zeit mal wieder The Name Und, äh, ja, willkommen zu Let's Plays Beidermann Web of Shadows, äh, Season 2, nenne ich es einfach mal Und ja, ich musste dann auch erstmal überlegen, was müssen wir überhaupt machen Wir müssen uns mit Mary Jane in Harlem treffen Und, äh, ja genau, ich werde jetzt erstmal auf die, äh, ja mal verzeihe mir bitte mein laienhaftes Verhalten hier Ich kenne die Steuerung überhaupt nicht mehr Ähm, so, Karte, wir sind da Wo soll denn Mary Jane sein? Ach Gott, ist wieder so ein 500 Jahre langer Weg Na gut, wie euch vielleicht auffallen wird, äh, im Vergleich zu, ja, ich nenne es halt mal Season 1, äh, Zeiten von Spider-Man Web of Shadows Ähm, kann ich aus irgendeinem unerfindlichen Grund, ich würde mal tippen, dass es einfach ein Treiber-Update war Oder so, oder irgendein DirectX-Update oder irgendwas, was ich mal gemacht habe In der Zeit, wo ich, äh, nichts mehr aufgenommen habe Äh, oder auf Fraps, eine neue Version, ich weiß es halt echt nicht Auf jeden Fall kann ich, äh, jetzt Spider-Man mit dieser schönen, flüssigen, relativ flüssigen Geschwindigkeit aufnehmen Und, ähm, ja, trotzdem, äh, ja, auf voller, also, ähm, ach Mensch Auf vollem, ja, also in HD, meine Güte So, haben wir es doch noch irgendwann rausgekriegt Ja, und wir sammeln mal, schon wie gewohnt, Spinnensymbole ein Die uns, aua Was zur Hölle? Was war das? Egal Eingewollen wir es auch nicht herausfinden Ähm, ja, und seitdem kann ich auf jeden Fall irgendwie Die Videos, äh, bei Spider-Man Auch in voller Qualität aufnehmen, in HD-Qualität Äh Ja, ohne dass es ständig am laggen ist Außer wenn irgendwas explodiert, aber das war Ich weiß nicht, ob das, vielleicht liegt das auch am Spiel, ich hab keine Ahnung Ne, ich hab echt keine Ahnung Also, ich fang schon wieder an, hier die Krise zu kriegen Über ein Jahr, oder um ein Jahr rum, oder was weiß ich, wie lange das war Das Spiel nicht gespielt, und schon muss man hier wieder ständig Und man kann hier auch nicht einfach vorbeischwingen Diese blöden Spinnensymbole einsammeln Und man dann irgendwelche Boosts auf Oh Gott, irgendwelche Boosts auf HP oder so kriegt Aber naja, wir werden dieses Spiel auf jeden Fall zu Ende Spielen, genauso wie die anderen Sachen So, die sind auch erstmal pausiert Äh, so wie Spider-Man jetzt gerade auch noch Zu der Zeit, wo ich das hier aufnehme Aber, ja, wie gesagt, die bringen wir alle noch Irgendwie zu Ende Und wenn es das Letzte ist, was ich tue Ja, und in der Zwischenzeit hat sie irgendwie nicht viel getan Sonst, weiß ich nicht Ich habe immer noch den gleichen Rechner Ah, 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 ah Komm, das wollen wir uns auch noch Ja, und wenn irgendwelche Kämpfe demnächst kommen Dann, äh, entschuldigt jetzt schon mal meine Leinehaftigkeit Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das Spiel geht Keine Ahnung Ups Müsste dann demnächst auch mal Ich habe ja gerade gesehen Ganz viele Upgrade-Punkte Müsste ich vielleicht dann auch mal verteilen Boah, ich weiß gar nicht mehr, ob das viele waren So 10.000, aber ich glaube, für ein bisschen was wird schon reichen Oh Gott, wie weit ist denn das noch? Äh, gucken wir doch mal einfach Äh, wir sind da und wir müssen da hin Da hin, ja Boah, ist ja nicht mehr so weit Kann ich eigentlich auch rein oder rauszoomen oder so? Vielleicht, ne, nein Anscheinend nicht, okay Ach, verdammt Ja gut, da habe ich jetzt keine Lust drauf Dann halt nicht Nein, ich mache das jetzt nicht Für einen Airstrike Kein Bock mehr auf eure dummen Nebenmissionen Die ihr einem immer hier gebt Aber gebt Lieber noch ein Spinn-Symbol einsammeln Weil die so Hä? Ach da Lieber ein Spinn-Symbol einsammeln Weil die so unglaublich wichtig sind 38 bräuchte ich noch für Level 8 Ja So Hier waren doch einige Ja, da Dann da oben Und Und Ja Na Jetzt leckt das aber doch wieder gerade ganz schön Warum? Ja, bitte auf Spielen Hm Uh, kurzer Stopp So Da sind wir auch schon wieder Keine Ahnung Was das gerade war Ach Müssen wir vielleicht ab und zu mal immer kurz ein kleines Päuschen machen Einmal Fraps neu starten So Das bin ich am Zielort Schön Gut Ich glaube Wir müssen diese Leute rauskennen Ich mache das alles, was ich kann Wir können nur gehen nach S.H.I.E.L.D. Oh, nein Widow Wir werden alle aus der Haarlem Wir denken die Leute die Weg zu der anderen Seite Manhatten Wie? So wie Sie das nutzen Ja, wenn wir das tun Ich denke, ich habe es Das ist ein Suizid Ich habe es Ich habe es Jeder ist Ich habe es S.H.I.L.D. hat einen Beacon Ja, die Symbiotes Wir werden Wir haben eine Sanfte Korridoren Nein! Ich will nicht zu Wolverine. MJ kann sich einfach gut anziehen. Ich habe noch Freunde da draußen. Luke und ich werden sie holen, und dann sind wir hier raus, nicht wahr, Luke? Okay. Wow. Just be careful, okay? Hatte ich eigentlich jetzt nicht vor, auch wenn wir bald Weihnachten haben, aber wenn Spider-Man das sagt, dann machen wir das mal. Ups, da können wir ja auch mal einen kleinen Zwischenstopp machen. Ah, diese... Ganz im Ernst, ich... Es regt mich schon wieder auf, diese Spinnensymbole. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Na gut, das ist wenigstens in der Nähe. Na, jetzt fängt es aber schon wieder an, so zu lecken. Na, jetzt fängt es aber schon wieder an, so zu lecken. Ja. Ja. Ja.